Im Jahr 2023 heißt es Abschied nehmen von der Leuchtstofflampe. Die millionenfach verbauten linearen Leuchtstofflampen werden nach und nach ausgefasst. Das bedeutet für das Elektrohandwerk, in Zukunft müssen entweder LED-Alternativen, genannt Retrofits, eingesetzt werden oder die Beleuchtungsanlagen müssen komplett umgerüstet werden. Die Komplettsanierung der Anlagen ist anfangs etwas aufwendiger. Dafür bietet sie aber gegenüber LED-Retrofits noch einmal erhebliches Energieeinsparpotenzial durch Präsenz- und Tageslichtabhängige Steuerung und optimierte Leuchtenpositionierung durch professionelle Lichtplanung. Aber das Beste ist, die Sanierung wird gefördert. Die Sonnepaar-Lichtspezialisten helfen Ihnen gerne. Zusammen mit dem von uns empfohlenen Energieeffizienz-Experten unterstützen wir Sie bei der Beantragung der Förderung. Weitere Infos gibt's auf son.to.beg-förderung oder bei Ihrem Sonnepaar-Ansprechpartner.